hallo liebe family church erzgebirge und liebe grüße aus uganda hier sind ein paar weitere informationen für euch wir dürfen einen dritten standort eröffnen in annerberg buchholz erzgebirge und gott baut seine gemeinde wir haben am 13 1 2023 unseren eröffnungsgottesdienst und wenn du in der nähe wohnst von annerberg buchholz komm gern vorbei du bist herzlich eingeladen und lasst uns gemeinsam gott erleben ansonsten haben wir jeden donnerstag 18 uhr unsere connect abende in nürnberg und jeden sonntag 16 uhr unseren gottesdienst in radebeul alle weiteren informationen findest du auf agabe-fc.de ich freue mich euch zu sehen und bis bald reichlich gottes segen